Es soll ja nicht heißen, wir berichten aus Thailand nur über Tempel. Denn Thailand ist auch für andere schöne Künste bekannt. Und daher gehen wir heute zum Thai-Boxen. Thai-Boxen wird auf thailändisch Muay Thai genannt und ist hier ein Nationalsport. Thai-Boxen ist fürs Boxen dasselbe wie die Thai-Massage für die normale Massage. Das heißt, man darf seinen Gegner auch in den Beinen treten und versuchen ihn zum Boden zu bringen. Und anders als beim Boxen läuft ja die Musik nicht vor dem Kampf, sondern während des Kampfes. Ich weiß, ich weiß, für manche Zuschauer entfällt die Folge heute einfach zu viel Gewalt. Dafür gibt es für euch eine gültende Entspannungspausse aus dem Grand Palace im Bahnhof. Alle anderen können vorspulen. Und fühlt ihr euch hinreichend befriedet, dann kann ich es ja mit Tänzen und Treten weitergehen. Okay, alle Regeln und Bräuche habe ich noch nicht verstanden. Jeder ist hier am Betten und als neuer potenzieller Kenner des Thai-Boxens will ich da natürlich mitmachen. Mein Kennerblick sagt mir, Rot wird gewinnen. Wie kann man am Anfang so doof tanzen und jetzt so gut kämpfen? Manni Rot, mach mal hinne! Ach nee, komm, komm! Ein Mund, Mund, mach durch! Manni Rot, schlag doch mal zurück! Manni Rot, ich glaube es nicht. Doofer Sport!